Was geht ab, LocoClub? Heute mal wieder ein neues Video auf meinem Kanal. Road to 50k läuft noch, Leute, aber weil ich jetzt so lange krank war, keine Videos kamen, verlängere ich die ganze Aktion nochmal um zwei Wochen. Also wenn du bis zum 15.06. die 50k von machen, dann verlose ich die Playstation. Ja, also zwei Wochen kein Video, deswegen dachte ich, verlängere ich das Ganze um zwei Wochen. Ich hoffe mal, das ist okay für euch. Ja, und heute ein FIFA-Video hier mit meinen Freunden, me, myself and I. Ein Spaß. Ich bin mal alleine auf meinem Kanal unterwegs, mal gucken, ob ich es trotzdem schaffe, euch zu entertainen. Ich hoffe natürlich, ja. Und ja, heute spiele ich in FIFA das Europa-League-Finale, Chelsea gegen Arsenal. Ich persönlich, falls ihr es noch nicht wisst, bin auch eigentlich Arsenal-Fan. Als damals Thomas Schosicki zu denen gewechselt ist, habe ich angefangen, die so ein bisschen zu verfolgen. Und ja, deswegen spiele ich natürlich mit Arsenal. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt ins Gameplay rein. So, Leute, ich habe das Ganze schon mal ein bisschen vorbereitet. Und zwar hat Chelsea als Heimenteam, Arsenal als Auswärtsmannschaft. Wir sehen können, die Spiele auf der Schwierigkeitsstufe Legende, also das Schwierigste, was es gibt. Im Europa-League-Finale habe ich natürlich auch eingestellt, das kann man bei FIFA 19 machen. Und ja, eigentlich geht es hier erstmal nur um die Schwierigkeit. Legende. Wie ihr sehen könnt, habe ich gerade schon mal ein Spiel gemacht, Chelsea gegen Dortmund, um zu testen, dadurch, dass ich es überhaupt einigermaßen schaffe. 5 zu 3 für Chelsea ist es ausgegangen, also verloren. Aber ich habe vielleicht eine Chance jetzt mit Arsenal. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal direkt mal ins Teammanagement rein. Eine Sache, die man natürlich ändern muss, ist Mkhitaryan. Weil der nicht mitreisen kann, weil die ein bisschen Beef haben zwischen Aserbaidschan und Armenien. Schade eigentlich für ihn, für die ganze Mannschaft. Was haltet ihr von der ganzen Aktion? Ich finde es auf jeden Fall mega traurig, dass dann einfach nur für das Geld, für den Profit, Spiele in solchen Ländern ausgetragen werden, wo einige Spieler nicht hinreisen dürfen. Sollte man vielleicht was dran ändern, aber wird wahrscheinlich leider nicht passieren. Außer wir wehren uns dagegen, also einfach mal die UEFA anrufen und sagen, nächstes Mal das Spiel nicht in so einem Schurkenstand aus. Mkhitaryan wechseln wir jetzt aus, ich weiß aber nicht für wen. Wir gucken mal. Wir bringen einfach mal Tschech. Spaß. Einfach mal Iwobi und ja, Leno im Tor. An sich würde ich es natürlich auch dem Tschech nochmal gönnen, wenn der nochmal einen Titel holt, weil der wendet seine Karriere. Und ja, ich muss immer ein bisschen hier aufräumen. Ich mag das nicht. Wer kennt's? Es muss alles geordnet sein, selbst die Auswechselspiele. Ja, komm, Ramsey hat auch sein letztes Spiel. Der wechselt auch irgendwo hin. Zack. Welbeck statt Mkhitaryan. Aber Mkhitaryan muss auch irgendwie raus. Der darf ja nicht mit, oh nein. Wer nehmt mal denn? Ach komm, hier der Puzzle. Ticketami Bob seinen Cousin. Okay, die Formation steht soweit, Leute. Und dann kann ich auch eigentlich gleich schon ein Spiel starten. Aber bevor es losgeht, seid ihr gefragt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie das Spiel ausgehen wird. Wenn ihr das Video vor dem Spiel gesehen habt, wenn ihr es danach gesehen habt, dann schreibt mal eure Erfahrungen von dem Spiel, wie ihr das gesehen habt, für wen ihr wart. Und ja, natürlich einfach sagen, drücken wir auf Start. So Leute, das Spiel beginnt. Choreo von Chelsea ist natürlich am Start, weil die High-Mannschaft sind. Freihbar haben wir auch so 90% aller Karten bekommen. Arsenal-Fans dürfen sich irgendwo, wie Lauro sagt, zu den Tauben unter das Dachsetzen. Und ja, da kommen auch schon die Mannschaften reingelaufen. Am Pokal vorbei. Da ist er nochmal im Close-Up. Und ja, ich würde sagen, ich überspringe das Ganze jetzt einfach mal. Wir wollen natürlich direkt ins Spiel starten und die Action sehen, weil ich diesen Pokal für Arsenal nach Hause hole, oder? Anschluss Chelsea. Was taktisches hier. Lassen wir erstmal so. Erstmal ins Spiel reinkommen, würde ich sagen. Wir treten ihn heute in 4-3-3 am Indoché. Kurze Kommentarvideo dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstörbern werden sie dann zufrieden. Das Spiel trinkt. Schießt er ihn rein! Toppe Chance von Lacazette. Einen geglockt, eine drüber. Eigentlich eine Fälle für über den Zaun schießen, oder? Falls man sich da einen Zaun irgendwie hindenken kann. Aber ja. Immerhin mal die erste Chance. In Ansätzen geraten. Lassen wir jetzt aber. Lackazette. Lackazette, was für Schweipers! Das könnte es sein. Da ist das erste Ding. Fünfte Minute. 1-0. Iwobi macht es. Gibt natürlich der Eckfahler erstmal einen Schirmpunch. Das war nicht schlecht herausgespielt auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Zack. Schön auf die Seite verzögert. Und dann spitzer Winkel in die lange Ecke. Unerhaltbar! 1-0-Führung. Let's go! Und ja jetzt, was man hier komplett 5er-Kette hinten rein. Sehr defensiv. Äh, ne, wir lassen es erstmal so, ne? Durch die Hauptthemen. Viel Versprechen ein, wo für eine gefährliche Situation da, zack. Wir bringen einfach mal rein. Legt die Flanke. Aber keiner hat sie vergessen, wer der da. Tschüss. Ach, schon wieder überzauern. Aua, nächste Schelle. Ich glaub, das fühle ich langsam mal ein. Wenn ich in FIFA drüberschieße, dann gibt's ne Schelle. Was haltet ihr davon? Eigentlich gar nichts zulassen am besten. Oh, er legt den... Oh, mein Gott. Er klärt ihn, aber er legt ihn komplett vor die Füße. Aber jetzt ist viel platziert vielleicht. Die Kontra-Chance. Oh, wir haben ihn schnell. Aber schlagen wir auch nicht so schnell. Oh, er setzt durch. Kommt noch an einem vorbei. Legt ihn quer. Ja, schießt. Oh, da grätscht der noch. Jetzt blockiert das dann im Ober, aber der Platz... Kommt, ja. Und ein Rückraum. Schießt. Nein! Parade von Keppern. Hazard in Liga-Zentralwarte. Schön erobert. Ja, schießt die durch. Komm, Lacazette, geh ab. Ja. Frei durch. Fun. Nein, schon wieder drüber geschossen. Und die nächste Schelle. Aua. Aber ich wollte ihn irgendwie hochschießen. Ach, abgefälscht. Warum hau ich mich eigentlich, bevor ich hier die Zeitlupe sehe? Gibt Eckball. Na egal, trotzdem eine Schelle. Jetzt bin ich wach. Schenny. Fass. Boah, Flügel nicht besetzt. Was ist das? So beim Lernen. Ich muss diesen. Ah. Ah. Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 nein. Boah, Leno-Doppelparade. Sehr schön. Boah, Leno-Biest. Ich dachte, das ist jetzt echt das Tor. Einmal genießt. Direkt eine Chance für Chelsea hier. Geht auch nicht mit rechten Dingen zu. 5 zu 1 Ecken für mich. Aber nicht zu viel. Die Ecke von Hazard. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Jetzt pfeift er natürlich ab. Mit 1 zu 0 Führung gehe ich hier in die Pause. Würde sogar sagen, Chancenklose auf meiner Seite. Gucken wir uns mal die Statistik an. 4 zu 4 Schüsse aufs Tor. Dann gebe ich dir mal 11 Schüsse. Ich insgesamt. Davon nur ein Tor. Ist natürlich ein bisschen bitter. Aber noch läuft's. Noch liege ich vorne. Und ich würde sagen, wir starten eigentlich in die zweite Halbzeit. Was bei dir? Formationen lassen wir mal so. Lassen wir alles so. Es läuft ja. Es läuft ja. Jetzt habe ich den Anstoß. Wir müssen jetzt das zweite Ding machen. Wir... Ey. Ich spiele einen ganz normalen Pass mit X. Flachpass wie immer. Und der spielt in so viel Zeit in den Laufenden. Dann komme ich mal dran. Mal eine Frage an euch Leute. Jetzt bin ich gerade dabei. Wann mit den X-Tasten und alles möglichen. Auf welchen Controllereinstellungen spielt ihr eigentlich FIFA? Also ich spiele auf jeden Fall immer klassisch. Ich kenne aber auch ein paar Leute, die alternativ spielen. Zum Beispiel Marius. Und ich glaube, rollt sie sogar auch. Ja. Und deswegen schreibt einfach mal in die Kommentare. Welche Tastatureinstellungen ihr eigentlich so spielt? Und warum überhaupt? Wäre natürlich mal interessant zu wissen, wie die Community hier so einen Controller belegt. So. Okay. Achso, aber kein Faul. Na gut. Na ja, jetzt muss ich mich erstmal wieder konzentrieren. Hier. Nicht das hier alles blödes passiert, ne? Oh. Wer bringt ihn direkt? Man kann ihn natürlich nicht wieder rauskennen. Aber Leno ist da. Sehr gut. Und der Bernd. Bernd Deleno. Obermein mit dem Trick. Das war einfach nicht vom Ball zu trennen. Doch. Nein. Doch. Schnell gehen. Ja, jetzt haben wir Platz. Jetzt haben wir Platz. Aber Chelsea steht trotzdem tief irgendwie. Versucht jetzt mal mit dem langen Diagonalball. Oh. Jetzt kommt der Fallanziergang. Jetzt kommt jetzt wechsel ich glaube ich nochmal aus. Pedro verlässt den Platz. Und wir machen mal die Mitte dicht, ne? Tschakka geht und dafür kommt Ramsey. Können wir nochmal Wellbeck für Özil vielleicht beflanken, falls ich irgendwie längere Dinger schlage. Zwei Wechsel gemacht für den Film noch zu spielen. Ja, mal gucken wann sie rauskommen. Können wir nicht jetzt. Aber Ramsey letztes Spiel vielleicht auch mal einen Titel für ihn nochmal holen. Wellbeck. Immer ein guter Joker auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Kriegt der noch vor? Torwart. Ja. Einfach raus. Einfach raus. Lang und raus. Uh, der kommt wieder zum Ball. Buckley. Übersteiger. Nein. Muss einer blocken. Boah, Leno ist da. Leno ist da. Ui, ui, ui. Raus. Einfach raus. Torwart. Ja, toll. Waren wir schnell. Na ja, Zeit. Wir liegen vorne. Oh, ich habe Giroud eingewechselt. Verzweiflung. So, fünf Minuten noch. Mein Puls ist, glaube ich, gerade richtig am eskalieren. Und ich habe schon wieder viel Pass gespielt. Ai. Oh, okay. Schelz jetzt auch mit langen Liga hier. Haben natürlich jetzt dafür den entsprechenden Wechsel gemacht. Aber wir versuchen es einfach mal hier mit Ballbesitz in der Gegner schon helfen lassen. Oh, ja, schön raus. Komm, ich bring ihn mal. In der Mitte ist vielleicht einer. Oh, mit der Brust der Greiter greifend. Drei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Boah, jetzt schwing hier so ein Fünffachpass oder was war das? Bring ihn einfach direkt vorne rein. Abseits. Hui, der war wichtig. Nachspielzeit läuft schon, Leute. Langer Ball nach unten. Und. Zack. Kein Ballverlust mehr. Einfach kein Ballverlust mehr. Einfach Richtung wegfahren jetzt gleich. Das Ding ist aus, Leute. 1-0 gewonnen. Frühes Tor. Hui. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass es dann doch nur ein Tor geben wird am Ende. Aber ja, es hat scheinbar gereicht. 1-0 Arsenal. Meine FIFA-Predition hier für euch, für das Spiel. Und ja, wir gucken uns da einfach nochmal die schöne Meisterfeier an. Ich hoffe mir natürlich, dass Arsenal das hier auch wirklich gewinnen wird. Ich würde mich sehr für die freuen. Den Tschech würde ich es nochmal gönnen. Dem Ramsey würde ich es nochmal gönnen. Bisschen mal mithüpfen. Natürlich auch den ehemaligen Dortmund-Spieler. Nova Mergen. Mit Gitarren auch, wenn er nicht mitreisen konnte. Und ja. Jetzt geht es zur Siegerinnerung. In der Zeit würde ich natürlich sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst auf jeden Fall ein Like da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Kommt hin natürlich auch, ob es euch gefallen hat, ob ich demnächst mehr Gameplay-Videos machen soll. Ob das nice war, dass ich auch mal alleine am Start war. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie der Pokal hier kommt. So, Coachelli. Oh, hey, da ist der Titel für Asen. Also das ist jetzt auch nur ein FIFA. Nee, Spaß. Ich hoffe, Sie machen es möglich. Und ja, danke fürs Einschalten. Wie gesagt, Road to 50k um zwei Wochen verlängert. Deswegen einfach natürlich trotzdem abonnieren, damit ihr die Chance habt, die Playstation von mir zu gewinnen. Ja, und ich würde sagen, hier mit den letzten Bildern vom Jubel in der Fernkurve würde ich einfach das Video beenden und sage nochmal, danke fürs Einschalten. Danke für euren krassen Support. Und ja, ich hoffe, dass wir die 50k bald voll machen und somit das Gewinnspiel natürlich auch stattfinden kann. Ciao, Leute. Für die ist das logischerweise, ja, Party.